. . . . . . . . Hallo. Ich bin Hannan. Wir hören dich nicht. Ich bin Hannan. Ich bin 14 Jahre alt. Das Mikro geht nicht. Warte mal. Eine Sekunde. Hallo, hallo. Hallo. Jetzt geht es, glaube ich. Hallo. Geht. Du musst da rein sprechen. Du. Bitte lauter. Hallo. Das ist doch leise, ne? Kann man das vielleicht ein bisschen lauter? Oh. Magst du dich einmal vorstellen? Hallo. Ich bin 14 Jahre alt. Ich bin die Hannan. Und würde gerne für euch singen. Erzähl erst mal ein bisschen von dir. Du gehst zur Schule. Was sind deine Hobbys? Was machst du so in deiner Freizeit? Ja, also ich singe gerne. Ist auch meine Leidenschaft. Wer hat dich hier angemeldet? Mein Vater. Echt? Ist er überzeugt von dir? Oh, du hast viele Geschwister, ne? Ein Bruder, noch ein Bruder. Zwei Brüder? Ja. Oder noch mehr? Zwei Brüder. Und eine Schwester auch? Nein. Keine Schwester. Ist sie gut? Ja. Ja? Okay. Und was singst du? Lassen Sie sich überraschen. Okay. 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 Fugini! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Bei TV now findest du Alle Folgen auf Abruf und in voller Länge. Alles rund um die Sendung gibt's bei rtl.de.